Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut gerne in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Oberfandale Zambul einzunehmen bei Initiant Sovik auf den Ebenen von Onara an dieser Position. Vorquests waren, Schändervernichtung und Reagenzien zur Entnoquemantisierung. Nehmen wir die Quest an und jetzt müssen wir diesen Mob suchen, auf Seher Zambul. Vielleicht ist er auch von jemandem getötet worden, dann müssen wir auf Visbon warten. Da ist er. Der patrouilliert hier in diesem Gebiet. Wir müssen jetzt warten bis er wieder spawnt. Gut wäre es natürlich zu wissen, was sein Spawnpunkt ist, aber das weiß ich leider nicht. Ich habe ihn immer irgendwo erwischt, als ich hier vorgequestet habe und Notizen gemacht habe. Ich sehe mich einfach weiter rum. Normalerweise müsste er jetzt schon gespawnt sein. Ich wollte einen. Ah, da. Hier kommt er. Anscheinend ist er auf diesem Hügel sein Spawnpunkt. Und da kommt er her. Ich pull den mal. Mal schauen, ob er was kann. Pulldowns. Bei mir ist er fast tot. Don a bit. Ja, da kriege ich da ein bisschen zurück. Oh! Nein, jetzt ist noch was getötet. Ich bleibe aber auf dem Aufseher. Der ist ja fast tot. Gut. So. Geschafft. Und schauen, ob ich diese zwei Mobs hier noch schaffe. Der Vogel ist nicht getötet. Ui! Hat mich da ein Spieler geheilt? Ich glaube, ja. Wobei, mag ja. Vielleicht hat er Schadenwerf gemacht. Dann geht es in diese Richtung. So. Quest ist abzugeben bei Oberandale. Na Quatsch. Quest ist abzugeben bei Initian Zorvik. Oberandale Heizambur heißt die Quest. Das Ganze in den Ebenen von Onara. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonniertknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ciao.